Herr Bürgermeister, gestern hat die Bundesregierung die ersten Maßnahmen angekündigt, wo ein bisschen Lockerheit in das Leben kommt nach der Corona-Krise. Auch in Bruck an der Mur macht man sich darüber Gedanken, wie ist der Status da derzeit? Sehr richtig, wir denken natürlich auch an die Zeit danach. Wir müssen jetzt einmal diese Zeit überstehen, diese Woche und die nächste Woche wird noch eine wichtige Woche sein. Ich möchte mich vielleicht an dieser Stelle einmal bedanken bei den Bruckerinnen und Bruckern, die sich mit großer Disziplin an die Maßnahmen gehalten haben, weil diese Maßnahmen auch wirklich mit Maß und Ziel vorbereitet wurden. Ein paar Dinge, die nicht so gepasst haben, sind wieder zurückgenommen worden, das ist auch richtig. Aber das heißt, es ist uns jetzt gelungen, für das Erste über diese Situation wirklich gut drüber zu kommen. Wir haben eine sehr, sehr geringe Infektionsrate, Pflegeheime, Spitäler laufen, funktionieren. Und jetzt müssen wir schon wieder schauen, dass die Zeit danach dann auch wieder gut funktioniert. Und da geht es darum, dass wir unser soziales Leben wieder weiterführen oder langsam wieder hochfahren, unser politisches Leben, auch unser wirtschaftliches Leben. Und ich glaube, das sind Maßnahmen, die wir treffen werden und die wir auch treffen müssen und wo wir auch die Bevölkerung dazu einladen, mitzumachen. Was kann jetzt konkret eine Gemeinde machen? Das meiste kommt ja vom Land, kommt vom Bund. Die Gemeinde hat ja auch nicht so viele Geldmittel, dass sie da groß unterstützen können. Naja, Sie sprechen da ein richtiges Thema an. Und ich glaube, da muss jetzt auch ein neues Paket auch für die Gemeinden erfolgen. Ich glaube, wir haben in drei Bereichen noch nachzurüsten. Der eine Bereich ist, ich mache mir Sorgen, wie geht es unseren kleinen Unternehmern, unseren kleinen Firmen, die ja dieses Colorit der Stadt, das Leben der Stadt ausmachen, wie kommen die über die Krise drüber, Familienbetriebe, die oft über Generationen schon bei uns sind. Das Zweite ist das Arbeitslosengeld. Wir haben eine unglaubliche Anzahl von Arbeitslosen. Ich meine, auch hier sollte man nachbessern und das Arbeitslosengeld entsprechend erhöhen, befristet auch erhöhen und die Ersatzrate erhöhen. Und das Dritte ist, Sie haben die Gemeinden angesprochen, die Gemeinden sind in Österreich der größte Motor aller öffentlichen Investitionen. Auch jetzt sieht man, dort wo die Gemeinde gut funktioniert, wo die Öffentlichkeit, die öffentliche Hand gut arbeitet, dort läuft das Leben so gut als möglich weiter, weil alles funktioniert. Und ich bitte darum und appelliere ernsthaft daran, auch an die Regierung, die Gemeinden hier intensiv zu unterstützen. Wir werden Einnahmenentgänge haben, auch durch die wirtschaftliche Schwierigkeit, die sich im Millionenbereich bewegen. Und da müssen Gemeinden unterstützt werden. Jetzt, glaube ich, ist es Zeit, sich auch von Maastricht zu verabschieden. Da sind auch die richtigen Schritte gesetzt werden. Und wir werden dann auch bald wieder investieren und werden auch bald wieder den Wirtschaftskreislauf in Schwung bringen müssen. Es gibt Prognosen aus der Wirtschaft, die sagen, es wird drei Jahre oder gar vier Jahre dauern, bis wir wieder zu richtiger Normalität zurückkommen. Wie schätzen Sie das ein? Die Normalität wird es in dieser Art und Weise, glaube ich, wie sie vor dieser Situation war, nicht mehr geben oder nicht mehr so schnell geben. Ich glaube, dass diese Situation ist, die sehr einschneidend ist, nicht nur für uns in Bruck oder in Österreich, sondern die auch global eine einschneidende Situation ist. Und die Frage ist, werden wir nach der Krise vielleicht ein bisschen anders leben als vor der Krise? Und können wir einiges von dem, was wir jetzt merken, was wichtig ist im Zusammenleben, welche Berufsgruppen wichtig sind, wie wichtig uns persönlicher Kontakt ist, das aufeinander aufpassen, dass wir so viel wie möglich davon auch in die Zeit nach der Krise ein bisschen mitnehmen und vielleicht ein bisschen weniger auf das schauen, wie schnell können wir Profite maximieren. Also ich glaube, es könnte der Beginn eines Umdenkens sein und ich hoffe, dass das auch so passiert, dieser Umbruch. Jetzt ist ja das in ferner Zukunft, jetzt schauen wir mal in die nächsten Wochen hinein. Die Gemeinden sind jetzt zunehmend bestrebt, wieder für einigermaßen normale Abläufe zu sorgen, für eine gewisse Art von Normalität zu sorgen. Was macht Bruck in diese Richtung? Ich möchte vielleicht einmal was sagen, das ist etwas, was man vielleicht gar nicht so bemerkt, aber die Müllentsorgung funktioniert, es kommt sauberes Wasser aus unseren Wasserhähnen, es funktioniert der öffentliche Verkehr, soweit er halt jetzt funktionieren kann, aus eingeschränkten Maßnahmen. Wir bereiten, wir haben Schulen und Kindergärten vorbereitet, die Verwaltung funktioniert wunderbar. Das heißt, in Wirklichkeit passiert ganz wenig sichtbar, was das Leben der Bruckerinnen und Brucker ganz, ganz schwer machen würde. Und das zeichnet eine gute Verwaltung aus. Und das ist vielleicht auch etwas, was man an dieser Stelle sagen muss, dass so diese Fragen, die sich immer gestellt haben, nach dem starken Staat, nach dem ausufernden Gesundheitssystem, nach dem ausufernden Sozialsystem, vielleicht ist das jetzt ein positives Moment, dass wir uns, dass wir eine gute Verwaltung bewahrt haben und dass der öffentliche Sektor weiter funktioniert.